Ja, was ist denn nun das Ganze hier, was sich hier im Wald vor dem schönen oder auch nicht so schönen Wolkenzhausen befindet? Wo soll es jetzt gehen? Was für ein Haus da ist? Das Ganze ist, vielleicht erkennt man es, vielleicht auch nicht, ein Bahnhof. Aber nicht irgendein Bahnhof, sondern ein verlassener Bahnhof, denn ein aktiver Bahnhof sollte nicht so dreckig so heruntergekommen aussehen. Das haben wir zusammen gemacht, einfach so, weil wir halt etwas aus den Teilen, die wir da hatten, machen wollten. Es ist sowohl aus Lego als auch Blue Bricks Steinen. Bestes Beispiel ist die Lampe hier. Das da unten Lego, das Blue Bricks, das Lego und das wieder Blue Bricks. Also es ist ziemlich 50-50 vermute ich jetzt mal. Wir haben es versucht durch die unterschiedliche Anordnung von diesen, also die unregelmäßige Anordnung von diesen schrägen Steinen hier vor allem und auch da das Dach unregelmäßig gemacht und auch in verschiedenen Farben. Haben wir versucht, es heruntergekommen aussehen zu lassen. Dann überall noch Bewuchs. Da hinten sollte eine Treppe sein, aber auch keine aktive Treppe mehr, sondern auch heruntergekommen, eingewachsen. Wie man hier sieht, komplett im Gebüsch drinnen alles. Der Bahnhof steht ja auch in einem Wald. Richtig abgelegen ist er nicht mehr, also eigentlich nicht von der Stadt, allerdings nicht zugänglich. Aufgebaut ist dieses Gebäude aus einem größeren Haus, einem etwas kleineren Haus mit einer, naja, einigermaßen interessanten Dachkonstruktion. Also dieses Ding da ist eigentlich nur draufgelegt. Das da ist schon ein einigermaßen fast richtiges Dach. Lässt sich dann auch natürlich abnehmen. Hier erkennt man, dass halt da auch eine etwas größere Lücke drin ist. Und in der Mitte noch ein kleiner Unterstand, wie es sich eigentlich für jeden Provinzbahnhof gehört, der nicht rund um die Uhr aktiv ist, beziehungsweise war. In dem kleinen Gebäude, da ist nichts drinnen bis auf Luft. Im Unterstand ist niemand drinnen, nur ein kleiner Sack, wo etwas Bestimmtes drin ist. Worum es geht, da kommen wir gleich dazu. Das größere Gebäude ist auch gefüllt mit Paketen, zwei Tassen und auch einigen Säcken, die da in einer Art Regal drinnen stehen. Und die gehören auch dazu, so wie dieser Sack, der hier eigentlich nur irrtümlich gelandet ist. Dann gibt es da vorne noch diesen Bahnsteig, dessen Farbwahl leider nicht sonderlich schlau ist. Es waren halt im Moment keine gescheiteren Steine und Co. da. Es ist ein selbstdesigntes Gebäude geht, nämlich ein privater Unternehmer oder eigentlich nicht Unternehmer, sondern Mafioso, welcher hier oben drinnen seinen Sitz hat. Das ist dieser Mann hier. Der kommt mit seiner Eisenbahn, immer aus Italien. Und eigentlich soll ich sie vorwärts fahren und importiert da speziellen Kaffee. Und dann gibt es noch einen Premium Kaffee und den liefert er mit so einer Drasine, die ich jetzt doch davon esse. Also eine Elektro-Drasine soll das da stehen. Nicht sonderlich professionell. Liefert er dann in diesen Kisten, den extra Premium Kaffee zu diesem verlassenen Bahnhof, der als Lagerplatz dient. Und was ist an dem so Premium? Eigentlich nichts. Das ist eigentlich Schrott Kaffee, der allerdings nur doppelt bis dreifach so teuer ist wie normaler Kaffee. Warum? Weil da noch was anderes drin ist und zwar Pulver in kleinen Plastiktüten. Was das wohl sein mag. Unternehmer hat dann natürlich auch seine Gehilfen, die ihm dabei helfen, hier den Kaffee auszuladen und im Lagerhaus vom Bahnhof einzulagern dann, bis das Zeug irgendwann für sehr, sehr viel Geld verkauft werden kann. Also dieses Gebilde, was hier an der Bahnlinie im Wald steht, ist wie gesagt ein Bahnhof, der verlassen ist und soll somit einen sogenannten Lost Place darstellen. Obwohl eigentlich ein bisschen Betrieb ist noch, also ein bisschen halblegaler Betrieb, eigentlich sogar illegal. Natürlich soll es früher oder später hier drüben dann vermutlich noch einen aktiven Bahnhof geben. Ja, Lost Places sind eigentlich was ziemlich Interessantes. Davon hätten wir hier gerne noch ein paar mehr, allerdings brauchen die halt auch ein bisschen Platz, was im Moment schwer zu lösen ist. Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich binично, glaube ich.